So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Infofolge. Ich bin gerade heimgekommen, ich habe gerade das Muttertier heimgepackt. Beste Zeit, denn kaum bin ich hier zur Tür rein, will den Stream vorbereiten. Schreibt mir Hannes, der C-Day für Oktober steht fest und wie genial, am Sonntag war es C-Day. Heute ist Montag und es ist direkt der nächste C-Day bekannt geworden. Na yentik, na yentik, der letzte C-Day war gefühlt bis einen Tag vor dem C-Day nicht bekannt, was es wird. Und jetzt hauen sie direkt nach dem letzten den nächsten raus, dass du komplett Vorfreude hast. Und wir haben wirklich Grund zur Vorfreude, denn alles, was sich gewünscht wurde, war Lichtl im Oktober. Am liebsten schon letztes Jahr, das Jahr davor oder sonst was. Und es ist Lichtl im Oktober, Community Day dieses Jahr. Guckt euch schon alleine mal dieses geniale Bild an. Lichtl, diese Grafik dazu, das ist ein ultra geniales Pokémon. Es ist super stark. Egal, ob du das als Feuerangreifer nutzen möchtest, da ist es super stark. Und als Geistangreifer ist es erst recht super stark. Und jetzt kriegt das nochmal eine heftige Attacke dazu. Und es kommt als Shiny. Und ich weiß überhaupt gar nicht, wie das Shiny aussieht, aber das Shiny kann ja nur genial aussehen. Und das ist Lichtl und das ist Oktober und das ist der Community Day. Community Day im Oktober 2022. Lichtl am Samstag, den 15. Oktober. Wieder von 14 bis 17 Uhr Ortszeit. Wenn alles passt und gut läuft, ist Hannes ja da. Genaya ist da. Wir würden den Community Day zusammenspielen. Da es ein Samstag ist, denke ich, Pupsi ist auch da. Wir spielen also alle als Gruppe. Ich hoffe, das Wetter passt. Dann würden wir unterwegs sein, würden vielleicht sogar auch was streamen. Das wird ein richtig genialer Tag. Nicht nur das Pokémon, nicht nur, dass man die liebsten Menschen um sich rum hat. Dann kann man vielleicht auch streamen. Der letzte, vergesst einfach den Sonntag Sea Day. Guckt auch gar nicht rein nachträglich, was da los war. Konzentriert euch ganz auf Lichtl. Das ist eines der genialsten Pokémon seit lang im Community Day. Wilde Lichtl erscheinen vermehrt. Mit Glück könnt ihr einem Shiny begegnen. Exklusive Attacke, Poltergeist. Trainerkämpfe 140 Schaden, Arena- und Raidkämpfe 140 Schaden. Das muss stark sein. Ich weiß gar nicht, wie viel hat Spukball, wie viel hat alles andere. Poltergeist klingt schon richtig genial. Ist bestimmt auch trotzdem dann richtig heftig. Oh mein Gott. Ich muss meine ganze Lichtl-Armee nehmen und wegschmeißen und mir eine neue Lichtl-Armee basteln. Es wird wieder eine Spezialforschung geben. Natürlich für 1 Euro. Und wenn ihr immer wieder fragt, lohnt sich das für 1 Euro, diese Spezialforschung zum Sea Day zu kaufen? Mittlerweile kann man die ja verschenken an alle anderen. Ja, es lohnt sich. Schon alleine das Sternstück und das Glücksei, was da drin war, haben einen Wert von über den 1 Euro. Plus ihr kriegt noch Bonus-Erfahrungspunkte, Bonus-Staub. Ihr kriegt eine Begegnung mit allen Entwicklungsstufen. Plus am Ende auch ein vollwertig entwickeltes Skalabra auf Level 15. Einfach so geschenkt sozusagen, dass 1 Euro im Monat für den Sea Day sollte jeder wirklich irgendwo auftreiben können. Event-Boni, Event-Boni, Event-Boni. Dreifache Fang-EP. Die Erdnuss, die Erdnuss? Keine Ahnung. Hat letztens auch wieder gefragt, wann kommt mal wieder ein EP-Event. Und nächster Sea Day kannst du als EP-Event zählen. Dreifache Fang-EP. Dann auch noch einfach fabelhafte Würfe oder so. Glück sei an, können da komplett ausrasten. Level 1 bis 40 in 3 Stunden, ich sag's euch. Doppelt so hohe Chancen auf XL-Bomboms beim Fangen für Pokémon für Trainer ab Level 31. Also ab 31 kann man ja jetzt eben XL-Bomboms bekommen. Eine doppelte Chance dafür. XL-Bomboms sind wichtig, damit ihr die Pokémon von Level 40 auf 50 ziehen könnt. Rauch 3 Stunden. Warum ist das alles so durcheinander hier? Rauch 3 Stunden. Lok-Module schräg hier oben rechts. 3 Stunden. Haben wir also auch immer doppelte Fang-Bomboms. Nicht nur höhere XL-Chance, sondern auch generell doppelte Bonbons. Theoretisch sind die Boni fast immer gleich. Nur, dass wir jetzt beim letzten diese Brüt, diese Viertel-Brüt-Distanz hatten. Und jetzt haben wir hier dreifach Fang-EP. Das heißt, wir haben auch wieder 5 Schnappschüsse, die wir machen können. Einen zusätzlichen Spezialtausch und 50% weniger Sternstaubkosten zum Tauschen. Sind also allgemeine Boni, die auf jeden Seeder jetzt greifen. Plus ein Spezieller, der wechselt. Mal ist es Staub, mal ist es EP, mal ist es Brüt-Distanz. Brüt-Distanz ist wohl immer das Nervigste. Aber jetzt zu diesem genialen Sea-Day auch noch dreifache Fang-EP ist nochmal eine Krönung. Natürlich wird es wieder Bonus-Raid-Kämpfe geben. Von 17 bis 22 Uhr könnt ihr dann besonderen Raid-Kämpfen der Stufe 4 begegnen. Wo ihr also Late-Necto bezwingen könnt. Und für 30 Minuten um die Arena herum, um 300 Meter um die Arena herum oder irgendwas, spawnen dann nochmal Lichtl. Bis jetzt hätte ich immer gedacht, brauchst du nicht, ist Quatsch. Ich glaube Late-Necto, Lichtl, Scalabra ist das erste Pokémon, wo ich euch raten würde. Nehmt das mit, wenn ihr die Möglichkeit habt. Nutzt wirklich die drei Stunden, fangt jedes, sammelt Bonbons, XL, alles, Shinies, gute IV. Und meinetwegen macht halt mal so einen Raid, dass ihr noch mehr Lichtl fangen könnt und noch mehr Bonbons und noch mehr Staub und alles mitnehmen könnt. Und XL und IV meine ich eigentlich. Das, oder halt ein gutes Late-Necto aus dem Raid gezogen und dann entwickelt. Also das, nehmt das mit, nehmt das alles mit. So, sucht ihr nach einer Gruppe. Da steht wieder das mit. Auf der Karte kannst du gucken, wo irgendwo ein Hotspot ist, wo Leute. Geht einfach alle nach Zaragoza. Fliegt da mal hin mit einem Flugzeug, guckt euch das an. Wir haben einen Hotspot in Hildburghausen. Wer vorbeikommen möchte, kann ja vorbeikommen. Den Sieder in Hildburghausen spielen. Sticker gibt's auch natürlich wieder neue. Für mich jetzt nicht so interessant, obwohl ich sagen muss, der mit dem Best-Buddy-Badge hier oben, der sieht schon cool aus. Die vier Lichtl sehen schon cool aus. Das Lichtl mit Lichtl sieht cool aus. Das Lichtl am Pokestop sieht auf jeden Fall auch cool aus. Aber ansonsten wird das wohl einer der genialsten Community-Days der letzten Jahre, der letzten Zeit. Und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Seid ihr gehypt? Habt ihr Bock? Ich muss das schnell hochladen. Gleich 20 Uhr geht der Stream los. Ich hab Bock. Ich find's genial und im Stream spielen, rumlaufen, effektiv spielen, mit Begleitung, mit allem drum und dran. Der Oktober kann kommen. Oktober eh einer meiner Lieblingsmonate. Schreibt mal eure Meinung rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.